Willkommen zurück bei Minecraft oh, ich war gerade schon sprinten wie in MW3 mit Shift jetzt wieder ohne ein Texture Pack, weil ich einfach warten möchte bis ich mir irgendwas ja ja, eins vorschlägt, weil das davor, das ging nicht ey, boah Eisen naja, ich geh jetzt mal zum Dschungel wenn das hier der richtige so, ich glaub, nein und Slack, Leute ja, genau ich weiß nicht, was das im Moment ist hab keine Ahnung okay, ich renne da gerade, vielleicht deswegen ja, genau so bestimmt, weil ich renne da ich weiß es nicht doch, ich glaub, hier lang irgendwo so ich glaub, da werd ich auch noch was bauen also hier werd ich wahrscheinlich was bauen noch guck mal, hier ist Fluss das sieht doch schön aus hier ist ganz viel freie Fläche muss man nur das hässliche Gras wegmachen hier, hier ist ganz viel Platz und da da ist der Dschungel wenn es nicht lägen würde ist das der ja, doch nee Dschungel ey das muss doch hier irgendwo sein der Dschungel was ist das mit den Lex ich glaub, ich mach gleich wieder aus hier und mach dann weiter, wenn ich fertig gerendert hab aber wo ist der Dschungel? hm, das muss doch hier sein wie schnell geht das mit dem Essen weg, das ist doch übertrieben irgendwie ist die Karte im Buggy hm jetzt lauf doch mal jetzt sprinte ich hab grad echt keinen Bock hier meine Fresse ich bin grad genau von Battlefield seht ihr dann auch, wenn ihr das guckt der Creeper glaubt, ich seh dich nicht da hinten im Gras genau trefft trefft ihn doch mal gar nicht hier boah aber der Dschungel muss doch hier irgendwo sein ja jetzt leck rum meine Fresse ich blickte grad echt nix, weil ich war doch schon hier im Dschungel der war doch hier oder nicht ich mach jetzt meine Pause bis gleich hallooo Leute oh mein Gott oh mein Gott ja, willkommen oh, 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 fight willkommen zurück zu Minecraft mit Bitchfight ihr wamm ok ja, ich will jetzt erstmal zurück zum Haus, denn ja, weil ich, ich glaub verlaufen hat und nach oben das war das Essen die ja und heute werde ich wahrscheinlich nicht so langweilig reden ja denn ich nehme jetzt gerade meinen Abend auf das ist gerade halb 6 das ist schon fast abends das ist der Vorabend ja die Richtung ist richtig oder ich hoffe was ich heute mache weiß ich selber nicht das muss ich mir überlegen ja wahrscheinlich ich habe wahrscheinlich gesehen oh mein Gott jetzt erstmal nach Hause und dann dann hoffe ich dass ich vielleicht vielleicht geht es hier lang mein Gewicht ich springe nicht auf meinen Kopf du 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 kleines hässliches Ding boah ganz hart ne also jetzt möchte ich erst nach Hause und ähm dann Moment Moment das ist doch dieses Herz oder nee ach keine Ahnung ich gehe jetzt nach Hause und was wollte ich dann schlafen und dann wollte ich zurück zum Dschungel wenn ich den Weg dann finde dann wieso ist da Licht oh okay und dank für den Kommentar das hier ist das neue Geräusch für Lava das wusste ich vorher nicht und ja naja was soll's ähm jetzt nach Hause dann wieder zum Dschungel und dann das Haus da weiterbauen Aua 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 ich habe irgendwie die Befürchtung es da oder nicht ich kann doch Hei die zum Glück war doch treiben noch wenn ihr keine Ahnung leute Die nachher ja genau ich will noch was essen habe ich noch irgendwie fleisch irgendwo genau und Joko Timmerland hoffentlich nichts für mich und wenn heißt es gleich gehabt ich weiß nicht ob das für mich ist oder nicht ich tue das war toll rein damit ja damit es reicht sogar aber so zack hier und dann ab ins Bett gehen ein Sprung auch doch nicht schade ich weiß nicht was ich jetzt machen soll also eigentlich schon wieder ruft jemand an ah ja ja scheiß Torker ich bin so fähig wie hat es gestalkt nein Spaß noch nicht okay wo bin ich langgegangen ich bin doch hier irgendwo langgegangen ich bin doch hier zum kommt zu mir mit dem Spiel da war der echt hinterm Schneegebiet ich glaube aber ich bin vom Schneegebiet links aber da war ich auch da jetzt kommt man auf mein Handy an egal ob man sich die Gartung geht vor die Portion TÜT ja die Leute um das kriegst du machen so ich glaube da habe ich noch mal eben Ruhm Uro Appel abkürt die Art der Kerstin die 9 bis zu da lauf ich mal durchs schneegebiet ja ganz schnell das ist der dschungel was nein der klingt so böse so nach dem feind und die bau nein das ist mein mäuschen